Und wir sind immer noch in Mallorca in Palma de Mallorca im schönen Hotel. Kannste auch nicht aussprechen. Ja, schön, dass ich Ross Anthony bei mir habe. Wir haben ja ganz viel in letzter Zeit schon über online gemacht. Und jetzt endlich mal wieder. Jetzt stehen wir nebeneinander. Da freust du dich. Wie wahnsinnig. Wie geht es dir? Mir geht es blendend. Also es ist schön, hier zu sein, muss ich sagen. Tolle Kulisse, tolles Hotel, tolles Land. Und ich freue mich auf heute Abend. Es wird auf jeden Fall mega. Soundcheck habe ich hinter mir und der Klang ist so schön. Es ist immer schön für einen Künstler, weil man merkt, okay, der Stimme kommt gut rüber. Ja, genau. Und wir sind, wie gesagt, nach wie vor hier bei den Schlagersternen. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Im Kolosseepal. In die Begehst du deinen Text jetzt gerade, was du sagen müsstest. Ne, ne, ne. Ich denke schon noch dran, dass wir hier auf Mallorca sind. Du weißt, dass wir auf Mallorca sind. Machst du jetzt gleich hier Urlaub mit? Ne, leider nicht. Ich muss morgen wieder zurück, weil ich habe dann eine Fernsehshow. Fernsehshow. Was steht an? Also es gibt eine neue Show bei Sat.1. Das heißt, zurück in die Schule und wir werden getestet als Promis. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Würdest du die Schulbank gerne nochmal drücken wollen? Also das auf keinen Fall. Also was ich lernen musste in den letzten Wochen ist verdammt viel und eigentlich für ein dritte, vierte Klasse ziemlich hart. Und da hatte ich auch nicht gedacht, ich war nie in einer deutschen Schule. So ist es natürlich alles neu für mich. Aber ich werde mein Bestes geben und vielleicht punkte ich irgendwo. Okay. Du als Schüler, musst du dir Uniform noch tragen? Ja, wir müssen ein ganz tolles Uniform tragen. In England ist es so. Ja, in England ist es sehr streng. In Deutschland auch eigentlich. Aber ihr habt da jetzt auch einen König. Also... Ja, König Karls, der dritte. Genau. Und ich war bei. Du warst, du warst dabei. Ich war vor Ort und es war eine fantastische Atmosphäre, muss ich sagen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die immer dagegen sind und so. Aber wir müssen nie vergessen, dass unsere Royals hat so viel für unser Land gebracht. Nicht nur im Tourismus, aber die machen wirklich tolle Sachen. Und man merkt in den Rest der Welt, wie interessant und wie wichtig unsere Royals sind. Auch in Deutschland. Man hat gesehen bei den Coten, wie viele Millionen von Menschen zugeschaut hat an den Tag. Und es gibt einen Grund, warum wir die haben. Und die sind eine tolle Familie, obwohl die immer wieder ein bisschen Probleme unter sich haben. Die sind trotzdem toll. Und ich liebe meine Royals. Sehr schön. Wie nah bist du ihm denn gekommen? Also übers Wochenende nicht so nah, weil ich habe natürlich kommentiert aus dem Studio. Aber ich hatte schon die Möglichkeit, sehr nah an ihnen zu sein über die letzten Jahre. Und das war ein fantastisches Gefühl. Wirklich toll. Es ist schon... Man hat das Gefühl, dass die alle so eine Aure um sich rum haben. Und es ist tatsächlich so. Und ich finde, was Charles geleistet hat in den letzten Jahren für Klima und Umwelt, ist wahnsinnig viel. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass die auch was Gutes tun. So, und jetzt machen wir nochmal einen Sprung zum nächsten Großereignis, was jetzt noch ansteht. Neue Alben. Also am 16.06. kommt das neue Alben von mir. 100% Ross. Und diesen Monat, am 26.05. kommt die neue Single. Okay. Ja. Ich liebe die Liebe. Und es ist ein Song geschrieben von Marianne Rosenberg und ihr Sohn Max. Oh, toll. Ja, also Marianne hat mich einfach angerufen, haben gesagt, ey, mein lieber Ross, ich habe ein tolles Song für dich, was ich geschrieben habe mit meinem Sohn zusammen. Ich glaube, du wirst mögen. Sehr schön. Und du siehst, die Sonne geht schon auf jetzt. Ich liebe die Liebe. Genau. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das nächste große Ereignis. Jetzt hat es mir gerade vorhin ins Wort gefallen, aber das macht ja nichts. Nämlich ganz aktuell Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest. Findet ja in Liverpool dieses Jahr statt. Aber ist es nicht schön? Aber sie machen das mit Ukraine zusammen. Das finde ich ganz toll. Und ja, die Frage kommt jetzt von dir bestimmt, hinter wem bin ich? Also ich finde, Deutschland hat eine coole, lustige Nummer. Aber ich muss sagen, ich stehe dieses Jahr hinter England, obwohl die sowieso nicht erreichen wird. Aber hinter England ist schön, weil ich kenne die Frau, die das macht, also die, die auftretet für England, May Müller. Und sie ist die Tochter, also mein Mann, seine beste Freundin, die Tochter davon. Ah, okay. Und da ist also schon ein bisschen was beziehungsmäßig. Genau, natürlich. Ein bisschen aus Loyalität. Ich werde sie auf jeden Fall unterstützen kräftig und in die Hoffnung, dass sie nicht letzte oder vorletzte Platz belegt. Ja. Alles klar. Gut, dann haben wir doch schon... Aber wir lachen so wieder ein bisschen rüber, gell? Genau. Und ja, ich freue mich, habe ich gesagt, auf heute. Es wird mega. Also wie gesagt, wenn, egal wo ich bin, wird immer die Sonne scheinen. Und wie heute. Guck mal, guck mal, das ist schön. Wunderbar. Heute früh, als wir aufgestanden sind. Bloß was nicht passt, ist der Kran. Der Kran passt nicht, ne? Aber da stehst du dafür. Richtig. Davor. Nicht dafür. Davor. Okay, dann lasse ich dir noch ein bisschen Zeit. Es war schwer, mit dir zu plaudern, mein Lieber. Ganz meiner Sicht. Deswegen, dass du ein toller Flüsterer bist. Ja. Und bei dir ist es immer lustig. Und ich gehe jetzt wieder essen. So mach es. Das darf ich, ne? Auf alle Fälle. Lass es dir schmecken. Mach's gut. Ich sage Dankeschön. 2 2 3 3 4 5 5 9 9 Vielen Dank.